Das war ganz genau gestern vor einem Jahr, Mom. Hast du daran gedacht? Hallo, Charles. Aber natürlich habe ich daran gedacht. Du treuloser Basterd! Wie war dein Date mit James? Sie sind zu nichts verpflichtet. Wenn du zu lange wartest, verschrumpelst du wie eine vertrocknete Aprikose, vergessen im Supermarktregal. Hallo? Was? Ich hoffe, ich habe Sie nicht gestört. Zu spät dafür. Das hier ist ein Räumungsbescheid. Das Land, auf dem Sie leben, ist Millionen wert. Die wollen Sie hier wirklich nicht. Oh mein Gott. Wenn die mich kennen würden, das ist meins. Und, sehe ich anders aus, als Sie es erwartet haben? Sie wirken... Weiter? Sauberer. Wir helfen Ihnen, Mann. Bin ich etwa Ihre gute Tat des Monats? Jedes Mal, wenn man deinen Stolz angreift, flusterst du dich auf wie ein emotionaler Stachelschwein. Das hört wohl nie auf, oder? Die ganze Welt will, dass ich mich ändere und du jetzt auch noch. Wenn du wirklich hierbleiben willst, musst du dafür kämpfen. Meine Art zu leben ist vielleicht seltsam für andere Menschen. Aber alles, was für mich zählt, ist mein Zuhause. Und in dieser Hinsicht bin ich nicht anders als Sie alle. Kein Schritt weiter. Was haben Sie vor? Wollen Sie mich zu Tode klimpern? Du hast doch irgendwas vor, Mom. Was könnte ich verbergen? Okay. Das ist mein, äh... Handwerker. Er ist etwas ganz Besonderes. Er hat die Art, wie ich das Leben sehe, total verändert. Ist das eine Urne? Wenn du dich beobachtet fühlst, kann ich sie auch umdrehen. Today is a new day. Musik